Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zusammen mit... äh... Thanos! Hi! 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 Wir sind am Obsidian-Gipfel. Der Erz-Imager ist auf den Befestigungswahl von Buchholz geflohen. Aber er kann nicht weit gehören lassen. Warte kurz. Ich fühle dich bis zum höchsten Turm durch. Der Erz-Imager und seine Terror-Herrschaft finden heute ein Ende. Okay. Ich glaube, wir haben hier nur noch große Probleme, weil man hier halt sich überrascht. Ah, den hab ich schon weggesniped. Hui! Das ist ja cool. Irgendwie find ich die hier gar nicht so schwierig, die Gegner. Oh, ich hab noch Heile gelegen. Den Heilträcht, der kennt dich oder mich. Die sind ja wirklich stärker geworden. Die gehen nicht mehr von einem Schlag kaputt. Oh! 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 Ich merke, ich bräuchte mir die beste Siegel für mich auch vor allem. Noch ein bisschen schwerer, ich müsste gleich ein paar Break-Song wohl in die Köpen gehen. Wem kommt er her? Er stößt gerade, ne? Ja, ich bin gerade noch. Ich musste mir gerade meinen Trank erst wiederholen. Kannst du? Nein, kannst nicht wahr. Ich hätte nie brauchen, ich kann nicht helfen. Obwohl ich selber mit dem Dienste kämpft habe in Britann. Wir haben noch ein paar Meermonstern, das weiß ich. Wir haben noch endlich den Magier da oben. Magier, du meinst Diener. Oh. Das meine ich ja. Ich habe noch volle Leben. Mal rumholen, du hast vielleicht den Schild, Zauber. Und du hältst doch in der Rüstung aufs Ziel aus und ich nicht. Ich habe eine fette Rüstung, soll ich es mal so erklären? Ich habe eine Rüstung, die ich für die Verteiligung hatte. Der war mir jetzt aber nicht mehr angepasst. Der war mir eigentlich stärker als normalerweise. Bats! Ich liebe diese Bombe! Oh, da kann man nicht über. Schade. Da waren Vorräte. Ich weiß ja, die sind ja richtig heftig vertraubert. Ich habe das Segel in die Riffenschwerd aus dieser Ganschen hier. Ich weiß ja, die sind ja richtig heftig. Oh, what the goal. Meine Pfeile werden riesig. Ich weiß ja, die sind ja richtig heftig. Mit meinen Pfeilen. Oh, wir müssen irgendwann gegen zwei auf einmal hängen. Oh, perfekt. Ach, da kriegen wir aber auch noch hin. Oh Gott. Hab ich dir weh getan? Du nicht, nur die Bombe. Ich bin tot. Alter, ich habe aber richtig viel ausgehalten, muss ich mal sagen. Ähm. Ihr Überlebenswürst. Frag mich grad, wer eine krassere Riffschung hat. Der mit den Keulen oder ich? Haha. Ich glaube ich. Geul. Mach Gute für Schaden wegen mir. Alter Scheiße. Hilf mir mal. Gehst du ohne mich grad, schaffst du was? Ich hab's noch keine krassere Riffschung gemacht. Ja, natürlich. Alleine ist das Spiel echt schwierig. Immer gut, wenn man mindestens zu zweit spielt. Deshalb will ich ja das Spiel mit dir spielen und nicht alleine. Mach zu zweit einfach viel mehr Spaß, die alle kaputt zu kloppen. Mach zu zweit auf jeden Fall viel mehr Spaß, die kaputt zu kloppen. Wollen wir vielleicht heute Abend noch, wenn wir ein Durchschaffen ein paar 100%-Tarts machen? Und wir haben irgendwie ein paar auf 100%-Spiegel noch ans Level gehen. Ich würde sagen, dann gehen wir ein bisschen danzen zu. Können wir gehen machen, ja. Du meinst die extra danzen? Ja. Ich kann davon suchen, dass wir die auf 100% haben, dass wir die alle haben. Ja, du hast Level gegen den Dungeon. Ach so, also meinst du, dass wir jedes Level nochmal machen und den Dungeon suchen? Ja. Okay, ich hab, äh, ich hab, bei dem Wüstentempel hab ich den, äh, gefunden. Also ich hab den gesehen, aber ich hab ihn nicht, also ich bin da nicht hingegangen, verstehst du? Ich hab den dann quasi nicht entdeckt. Aber ich weiß, wo er ist. Oh, äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Heil dich, heil dich. Ich hab keine Heilung. Aber du hattest doch bestimmt Seelen. Nein. Nein. Jetzt hab ich wieder Seelen. Bombe. Ich mag meine Bombe. Ich bleib 31er. Scheiße, ich brauch irgendwas, was mehr Schaden macht, aber nicht so langsam ist. Okay. Ups. Du hast mit dem Schaden auf. Ich erzählte dir eine gewöhnliche Waffe, die ich habe. Meine Waffe 1-lootet. Passt mal alles. Nicht direkt da durchgehen. Einfach erstmal ein bisschen durchsuchen. Jetzt können wir durch. Hier gibt nichts zu durchsuchen. Oh, jetzt sind wir wieder draußen. Alter, was ist denn hier los? Ich überlege mal, das soll man so alleine schaffen. Ja, scheiße. Ja, das weiß ich auch nicht, wie man das alleine schaffen soll. Ich glaub aber, man hat mehrere Leben, wenn man... Ja, jetzt soll man so Feuer legen. Ich glaube auch, dass man das schaffen kann. Hol' mich, hol' mich, hol' mich, hol' mich. Mibitobi hat dich getötet. Ja, ich hab' den geschlagen, aber der ist nicht gestorben, dieses Miststück. Mibitobi hat mich viel aus. Ich muss hier einfach reinbringen. Ich muss hier mit dem Todensbesten, damit du Blitzball rollen hast. Ich kann wahrscheinlich auch vorbei rollen. Töt' die dann nicht alle. Was wird was, dieses Elektriz... Oh! Was? Oh! Ich bring' ihm was mit, ne? Ich bring' dir ein kleines Geschenk mit. Ein großes, kleines Geschenk. Ein schätzendes Mittel springst du mit Menschen. Ich bring' dir ein Western-Gohlen mit. Was, Mama? Ich bring' dir ein Western-Gohlen mit. Ach du Scheiße! Stirb! Mehr Abstand, um größere Pfeile und mehr Schaden zu machen. Ich muss, ich muss Abstand haben, um mehr Schaden zu machen. Ja, der Western-Gohlen ist tot! Ich hab' uns mit meinen Riesenpfeilen gerettet. Heh-Heh-Heh. Und immer's aufkloppen! Heh-Heh! Und immer's aufkloppen! Da, in meine Armbrust ist runtergefallen! Heh-Heh-Heh! Ja, das Dankespiel, ich hab' sie wieder zurückbekommen. Das Spiel, ey, das ist ja richtig geil, dass man die wieder zurückbekommt. Kann alles weg, das kann... Kann... Ja, die kann auch weg. Und die, die macht... Ja, die kann auch weg. Ich hab' meine Rundung mal verbessert, kriegen ein paar Pfeile. Ich hab' nur noch 19 Pfeile, was?! Oh, Scheiße! Ich hab' nur Call of Duty War 2. Nein. Ich hab' nur Call of Duty War 2. Help me! Oh, da ist ein Kumpel von mir, glaub' ich. Oh ja, da ist ein Kumpel von mir. Ja, dich kenn' ich noch! Du bist doch der alte, der alte komische Typ. Oh, Abstand! Ich muss mehr Schaden machen. Stirb! Alter, scheiße, ich hab keine Pfeile mehr. Levelaufstieg. Alter, sag mal, so viel kämpfen muss nur für einen Levelaufstieg, das ist schon heftig. Charles, der seinen Bruder mitgebracht hat. Warst du denn mit meinem Bruder? Nee, okay, er war hier oben einfach nur, der war einfach nur da hinten. Alleine ohne seine Freunde. Boing, so much. Guck mal, ich hab sie gerade die ganze Zeit alle runter, irgendwie. Oh, scheiße, ja, okay, das geht natürlich auch, ne? Und ja! Schockwellen von, meine Schockwellenpfeile finde ich überwauern. Also in jedem Teil kannst du einfach Leute runter schießen. Ja, wir gehen einfach ohne Probleme durch, ohne Bedenken, einfach nur so. Ja, wir stürmen da durch, als das. Ich weiß, es ist hier oben der Boss gekommen. Ganz konzentriert hier machen. Ja, natürlich, oben, ganz oben auf der Spitze dann wahrscheinlich. Alter, ich lass mal kurz alles auf. Oh, die Kamera ist groß geworden, da will ich noch nicht hin, da ist der Boss wahrscheinlich. Ich lade erstmal alles auf, was ich habe. So, dann müssen wir mein Leben noch aufladen. Ich werde, wir werden sowas von drauf gehen, da glaube ich. Nee, doch mal los. Jetzt. Ich hasse dich, weißt du, das erste Lütcher. Ich peinige dich, ich sag dir, ich bin auch ein Peiniger. Alter, der kann ja, der hält ja eigentlich, eigentlich hält der gar nicht so viel aus. Aua. Ja, aber der ist in der ersten vorher geschehen, das rumzusporniert. Aua. Alter, der ist doch ganz sicher nicht alles gewesen. Alter, das kann gar nicht alles gewesen sein. Oh, ach du Scheiße. Ja, er ist Reißhafen. Das hier ist die zweite. Ich bin tot. Entschuldig. Oh, Scheiße, Alter. Hol mich. Aua. Renn. Oh, Alter. Wie deswegen hasse ich die Bühne geholfen, Renbo. Scheiße, Alter. Was ist das für ein Monster? Hilfe. Alter, meine Haffi. Ja, meine Haffi auch. Vor. Alter, die Kasse. Scheiße. Und davon hat er drei Stück, oder was? Der hat drei Fahrten davon. Und jetzt hier ist gerade mal der zweite. Der hat der Reino. Komm. ich mach nicht, ich vermöbel den, oh scheiße, ach, ja, das war nicht so gemein, oh, nein, au, nein, au, scheiße, alter, nein, den schaffen wir niemals, alter, doch, aber wir müssen, wir werden das wahrscheinlich vielleicht ein paar mal probieren, vielleicht mach ich da auch zwei Folgen raus, äh, wir müssen das halt, 94, wir verbessern uns ja jedes Mal, wenn wir das machen, wir werden irgendwann stark genug sein, komm, komm, ja, komm, 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 komm oh das ist besser, als den, den ich habe, danke, das ist das mal was vernünftige, jetzt gibst du mir nochmal was, ne spitze Hacke, ey, ich bring dich um, was? oh ich habe gerade gedacht, dass die besser wäre, aber der Fall der grüne Pfeil dran war, ich bin mir leid, weil nicht gut genug villager Schmied ich glaube das kenne ich aus Minecraft Flucht von Palooken ich glaube du hieß das brauchen wir noch ein paar andere Dungeons machen um uns ein bisschen zu leveln ich hab was für dich was denn? das wird schwer Alter ich glaube das wird richtig schwer aber was geht vor dem Endboss finde ich ihr macht wirklich nur so ey das ist doch eine Erzmüllung auf einmal kommt zu Herzen wir werden komplett weggerotzt ja so Leute das war mir im Video schon gefallen wir brauchen eine Antimapie-Robe ich hab eine aber das muss ich lehren Abo geile Glocke um keine zukünftigen Folgen mehr zu verpassen haut rein ciao 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 ciao